Mahlzeit, Leute, die Feiertage stehen vor der Tür. Sollen wir was Festliches vorbereiten? Die Ente im gesalzenden Wasser über die Nacht stehen lassen. Die Äpfel entkernen und fierteln. Getrockene Feigen, Pflaumen mit dem heißen Wasser übergießen und danach kleinschneiden. Als Kräuter empfehle ich euch Majoran. Die Ente mit dem Obst füllen und fest binden. Dafür könnt ihr entweder Zahnstöcher oder solche Rouladennadeln benutzen. Danach kriegt die Ente eine Senfmassage. Den Füllungüberschuss eine geschälte Mandarine und 200 ml Wein im Gefäß verteilen und abdecken. Die Ente kann man sehr gut auf 4 Stücke teilen und mit verschiedenen Beilagen servieren.